Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die Multiply-Funktion in Google Sheets vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials zu anderen Funktionen in Google Sheets mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Videos über Google Sheets, Google Docs und Google Slides und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Der Name der Multiply-Funktion sagt es schon, damit kannst du einfach zwei Faktoren miteinander multiplizieren und das Ganze bereite ich hier jetzt auch einmal vor und schreibe hier einfach mal in eine Zelle Faktor 1 und Faktor 2 und hier können wir dann unsere Faktoren eintragen, wie zum Beispiel 5 und 6 und wenn wir jetzt hier das Ganze mit der Multiply-Funktion einmal machen können, und wenn wir jetzt die Multiply-Funktion verwenden möchten, tippen wir einfach in die Zelle ist gleich Multiply, Klammer auf und klicken dann den ersten Faktor an, trennen das Ganze mit einem Simikolon und klicken den zweiten Faktor an und schließen die Klammer und drücken Enter und schon sehen wir, dass eben 5 mal 6 30 ist. Ist jetzt auch keine große Überraschung, aber ihr könnt dann hier auch ganz einfach die Faktoren ändern und schon wird euch die Multiply-Funktion immer das richtige Ergebnis angeben und die Multiply-Funktion entspricht quasi dem Stern-Operator, also quasi einfach der Operation des Multiplizierens in Sheets, also wir könnten auch ganz einfach in die Zelle schreiben, ist gleich Zelle B1 Sternchen, also mal Zelle B2 und Klammer, da brauchen wir dann überhaupt keine Klammern, wir drücken einfach Enter und schon kommt hier auch 300 raus, aber wenn ihr das Ganze eben auch mithilfe einer Funktion machen wollt, ist das Ganze eben auch machbar, eben mithilfe der Multiply-Funktion, da habt ihr aber allerdings den Nachteil, dass ihr eben nur zwei Faktoren verwenden könnt, also ihr könnt nur zwei Faktoren verwenden, anders funktioniert es nicht. Bei dem Sternchen-Operator könnt ihr natürlich einfach noch ein Sternchen machen und dann einfach nochmal, zum Beispiel mal den zweiten Faktor rechnen, das funktioniert auch und es gibt ja auch noch die Produktfunktion, die ich auch schon mal in einem Video vorgestellt habe, da könnt ihr dann eben ähnlich zur Summenfunktion eben auch mehrere Faktoren verwenden, also das heißt wir könnten hier Faktor 1 mit Semikolon getrennt und Faktor 2 verwenden, genauso wie bei der Multiply-Funktion, das würde auch funktionieren, aber wir können auch durch ein Semikolon getrennt noch einen Zellbereich angeben, also zum Beispiel B1 bis B2, dann multiplizieren wir das Ganze nochmal dazu, aber wir könnten jetzt auch nochmal Faktor 2 einfach nochmal mit dazu schreiben, also wir sind hier variabel wie bei der Summenfunktion und dann habt ihr hier mit der Produktfunktion eben auch ein etwas größeres Ergebnis, aber falls ihr wirklich mal die Multiply-Funktion anwenden wollt, wenn ihr da wirklich einen Fall habt, wo es sowieso vorkommt, dass ihr nur zwei Faktoren miteinander multiplizieren wollt, kann ich das Ganze echt gut empfehlen, vor allem auch wenn es innerhalb von einer komplexeren Funktion oder innerhalb einer benannten Funktion passiert, ist das Ganze auch ein bisschen eleganter, als dann noch irgendwie ein Sternchen irgendwo drin stehen zu haben, weil sich das Ganze mit der Multiply-Funktion meiner Meinung nach doch ein bisschen besser liest, aber so könnt ihr das Ganze dann einfach verwenden, müsst aber aufpassen, dass ihr eben auch die Möglichkeiten habt mit dem Sternchen und der Produktfunktion, wo ihr dann eben doch mehr, wo ihr dann eben doch flexibler seid und das war es dann auch schon zur Multiply-Funktion in Google Sheets und ich hoffe, ich konnte dir mit dem Tutorial weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare, like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Tutorial online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, bleib gesund, ciao! Tschüss! 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 Vielen Dank.